Es ist 21.52 Uhr bei mir am Tag, wo die neue Season beginnen wird, Season 10. Und in den paar Minuten davor bereite ich noch ein Pokémon vor, nämlich Tromborg. Und hier muss ich sagen, in dem Halloween-Event, ich habe so viel gespielt, ich habe wirklich viel gespielt. Und mein bestes Paragoni war ein Rang 47er, was gut ist von 4000 möglichen Kombinationen, keine Frage. Aber ich finde es trotzdem krass. Ich finde es trotzdem wirklich krass. Bisschen schade, muss ich wirklich zugeben. Der Perfektionist in mir. Egal, auf jeden Fall. Was machen schon die IV? Ernsthaft. Aber dennoch, ich war verwundert. Ich habe da wirklich so hart reingesuchtet. Das entwickle ich jetzt mal. Boah, ich hoffe, das kommt nicht über die 1000. Moment. Man sieht es ja mittlerweile. Naja, das kommt nicht über die 1500. Ich werde noch was dazu sagen. Wie sieht es gerade aus im PvP? Okay, was war mit den Videos los? Was wird mit den Videos weitergehen? So zwischendrin oder wenn ich dann Pokémon fange oder in den Wartezeiten, obwohl hoffentlich gibt es keine Wartezeiten. Und man möchte natürlich nach wie vor jede Folge mindestens ein neues Team. Und wenn es der Sternenstopp hergibt, ja, das wird er hergeben. Und wenn es die Pokémon, die ich habe, hergeben, möchte ich neue Teams, neue Pokémon. Schon regelmäßig nach wie vor. Auch spicy. Das, was ich heute zeige, ist null spicy. Das wird nämlich, die Kampfsimulationen von PvPog sind noch nicht ganz up to date mit dem Remix Cup, aber das Ding wird ganz weit oben stehen. 1.13.14 ist nur die Frage, ob es dann auch so gut ist oder ob die Leute dann merken, okay, es ist so gut und wir nehmen einfach nur Pokémon, die dagegen kämpfen. Das gibt es ja auch. So, das ist dann Antimeter und die Antimeter-Pokémon sind dann auch irgendwie Meter, aber das Ding wird top, die Wette gilt sein. Schmarotzer, das wäre auch mal ein interessantes Moveset. Genau, Tromborg, ganz oben mit von der Partie. Spukball, ich muss kurz überlegen, nein, ich überlege nicht, ich weiß es gerade echt nicht auswendig. Auf der linken Seite hatte ich Samenbomben. Das will ich natürlich hier auch wieder haben, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und von daher, ganz genau, wieso? Es ist alles verboten, was gut gegen Tromborg ist. So, wir haben noch vier Minuten, also sehen wir uns gleich wieder, würde ich mal sagen. Noch 30 Sekunden, dann sollte die neue Season beginnen. Man muss nicht jetzt das Sternenstück schon anhaben, sondern, ich erkläre es immer wieder, erst dann, sobald man auf Kämpfen klickt, nach dieser Uhrzeit. Habt ihr gerade auch meinen ganzen Beutel gesehen, wen das interessieren sollte? Genau, noch zwölf Sekunden, dann geht's ab. Bin gespannt, ob man 150.000 oder 300.000 Sternenstopp bekommen wird, vermutlich 150.000, aber es ist Niantic und wir dürfen keine Käfer und Fehler ausschließen. Und vielleicht haben sie vergessen, wieder die alten 300k runterzuschrauben. Das wäre gut, das wäre gut für uns. 22 Uhr, jetzt wird gleich die Nachricht aufploppen. So, oder? 22 Uhr? Danach müsste diese Nachricht kommen. Ich will sie einfach nur sehen, weil die sieht man nicht oft, alle drei Monate ein einziges Mal. Das müssen wir genießen. Wo ist sie, die Notification? So, das Zahnrad war schon mal hier. Ich will sie einfach nur sehen fürs Video, dass wir das festhalten, dass ich es im Gameplay zeigen kann, wie das eigentlich so aussieht. Komm schon, mach nicht diesen hier. Es dreht sich wieder, ich melde mich gleich wieder, sobald es passiert ist. So, dann muss ich irgendwas machen, muss ich eine Quest abholen oder so. Schauen wir mal, gehen wir hier rein, da haben wir einen Schlurp, dann gehen wir wieder raus und da ist es, die GAU-Kampf-Liga-Saison ist beendet. Hol dir deine Belohnung ab. Dann machen wir das mal. Sternenstück ist an. Hier klicken wir. Und Top-Fart. Genau. Also, wir sind erst in Season 10. Wirklich, dieser Fehler besteht jeder Season, dass man hier den Rang nicht zieht. Aber geht in Ordnung. Wir sind nicht so eilig. Fünf Lade-TMs. Drei Sofort-TMs. Ein Premium-Kampfpass. Eine Top-Sofort-TM. Die Top-Lade hat man schon erhalten und 300.000, die hat die Katze vergessen. Oder sie machen es permanent so. Aber eigentlich war das die Entschädigung. Niantic hat es einfach vergessen vielleicht. Jetzt bin ich gespannt, ob Leute, die nicht direkt nach 22 Uhr das abgeholt haben, sondern zum Beispiel morgen, ob Niantic das dann behoben hat. Oder ob es permanent jetzt. Weil eigentlich, das war die Entschädigung. Wer sich noch erinnern kann, in der vorherigen Season, wo es am Anfang weniger Sternenstab gab. So, na dann. Ja, 300.000. Das ist fast ein Pokémon, welches ich immer pushe. Also in drei Monaten kann man dann ein Pokémon pushen. Boah, 300 Sternenstab, das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Naja, machst du nix. So, Superliga-Remix. Wie man sehen kann, ich habe, glaube ich, zwei, drei Sätze oder so gespielt. Seit dem vorherigen Video in zehn Tagen oder so. Ist nicht allzu viel. Grabbit. Dann Tromborg. Und Slimer. Also, gegen Eis bin ich etwas anfällig. Und gegen Taubos. Ja, Taubos kann man machen. Na, aber ansonsten, glaube ich, geht das in Ordnung. Noctu bin ich gespannt jetzt mit Spukball. Na, ob es davon schon viele geben wird. Typ normal. Unter anderem auch mit Flug. Vernichtet Tromborg ebenfalls. Ja, Noctu ist schon. Ist interessant. Knogger. Boah, wenn man so lange nicht mehr spielt, wie funktioniert das nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr von dem Game, aber du hast die Geist-Sofort-Attacke. Und die mag ich. Also, das sind alles zum Beispiel so Dinge, die ein Grund davon sind, warum ich gerade überhaupt kein PvP spiele. Wie, was war da jetzt? Eine Ladeattacke mit der Sofort-Attacke. Das ist alles ein bisschen nervig. Aber ich will keine schlechte Stimmung verbreiten. Hey, zockt weiter. Ich mache dann einfach Pause. Muss das nicht groß an die Glocke hängen oder so. Also, das schmeckt. Das schmeckt auf jeden Fall. Und Hypnobis siege ich eigentlich auch ganz gut. Ich dachte, vielleicht ist das Cresselia. Aber das war kein Cresselia. Dann wäre ich vermutlich hier nicht reingegangen. Jetzt schild ich, ah, das war doof. Das war ein doofer Wechsel, muss ich sagen. Aber, genau. Ich habe nur auf Psycho. Ich habe nur auf Psycho geachtet. Alpollo. Interessant. Interessant. Genau, also kurz zusammengefasst. Ich habe ja wirklich versucht, vor allem, als ich dann Legende erreicht habe, mich am Riemen zu reißen. So, jetzt brauche ich aber keine Spukmann mehr. Mich am Riemen zu reißen. Und habe dann diese extra Sofort-Attacken, die ja sein sollten, wenn die mal eine Person bekommt und die andere nicht, dass ich das nicht immer und andauernd erwähne. Und, ja, passt auch so. Dann gibt es manchmal so Sachen wie Dritter Schild. Und dies und das und Ananas. Ja, kann man, muss man auch verkraften und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen kann. Also, ich sage es immer wieder und es ist jedes Mal wirklich korrekt. Pokémon Go PvP ist gerade auf einem neuen Tiefststand. Und ich weiß, das sage ich oft, aber es ist immer und immer wieder der neue Tiefststand. Das ist so ein bisschen die Sache. Weil es gab ja die Wartungsarbeiten, wo Niantic gesagt hat, hey, es kann sein, dass es in Pokémon Go, also ganz Pokémon Go, auf Fangen und so weiter zu Unterbrechungen kommt. Man wusste nicht genau was. Niantic hat ja nichts gesagt. Aber offenbar hatte es doch was mit PvP zu tun, denn in einem Teil, also direkt danach, seither hat das Spiel nicht mehr funktioniert. Und ich bin nicht alleine. Und ich habe, am Anfang wollte ich überlegen, hm, mache ich ein Video, wo ich so eine Compilation von allen Leuten, die was dagegen sagen. Es sind wirklich viele Top-Spieler, Streamer, YouTuber, alle. Jfarm, zwei Personen, die streamen und machen YouTube-Videos, haben sogar ihren Job zurückgeschraubt, um vielleicht irgendwann Full-Time da reinzugehen. Haben aufgehört, haben jetzt aufgehört, haben gesagt, hey, nein, Pokémon Go PvP ist es nicht wert. Dann auch deutschsprachige Leute. Leandro, Top-Pvp, also Sylph-Spieler, Platz 1 Deutschland und weltweit auch ganz oben. Ähm, ich freue mich, ich muss sagen, ich freue mich, wenn ich immer so Sachen lese und dann damit nicht alleine bin. Inadequance, wholesome. Das sind wirklich Top-Leute, die jetzt nicht, keine Ahnung, an den Haaren herbeirufen ihre Sachen so. Und ich sudere ja manchmal schon herum, muss man schon sagen. Hm, okay. So, zwei Pokémon von uns sind schon mal ähnlich. Ich sag dir ehrlich, ich glaub, da bleib ich einfach drin. Ich glaub, da bleib ich einfach drin. Äh, genau. Und mittlerweile könnt ihr es nicht mehr nur auf mich schieben. Klar, ich hatte meine Phasen, wo ich sehr viel kritisiert habe, aber es sind alle durch die Bank. Seht euch um. Kaum postet jemand was, retweetet es jemand. FP-Sticks stimmt zu. Toe Tactical stimmt zu. Sionic stimmt zu. Das neue Update hat ganz wilde Sachen noch dazu gebracht, was ich so davor noch nie erlebt habe. Also wirklich noch nie erlebt habe. Nach jeder Ladeattacke spinnt das Spiel einfach komplett. Also nicht nach jeder, aber so. Nach gefühlt jeder spinnt das Spiel einfach komplett. Es ist so wild. Es ist einfach nur so wild. Und ich hab ein Video gemacht. Also hab's begonnen. Gestartet. Hatte Magnetilo vorne eben. Kanto Cup war da. Weißer Bildschirm. Ich komme rein. Das zum Beispiel. Was war das gerade? Da hatte der Gegner Probleme. Weißer Bildschirm. Ich komme rein. Ein Schanera. Ein Schanera hat mein Magnetilo runtergefarmt. Ich hab einfach die Folge beendet. Fertig. Das Set hab ich dann im Verlauf von, keine Ahnung, mehreren Tagen gespielt. Na so. Mein Slimer kontert das ganz hart aus. Dieses Tromborg. Und deshalb finde ich's umso interessanter, dass du drin bleibst. Ja und es, weil ich eben Live-Videos mache, ist es sehr schwer. Es ist wirklich sehr schwer. Oh, wow. Okay. Das hab ich so auch nicht erlebt. Das tut gut weh. Das tut wirklich gut weh. Na oje, mini. Das tat gut weh. Jo, weil ich Live-Videos mache, ist es nicht so einfach, live zu kommentieren. Natürlich, nachkommentiert kann man da mal ein Auge zudrücken oder auch zwei. Na und so. Oder auch, geht man auf Twitch. Live-Streaming-Kategorie. Es ist leer. Ich meine jetzt mit der neuen Season vermutlich nicht so leer, aber egal wann man drauf geht. Pokémon Go, da steht eine Kategorie. 1,6 Millionen Follower oder so. Na und? 150 Leute live. Es ist so krass. Es juckt sich niemand mehr dafür. Einer nach dem anderen hört auf. Alle hören sich auf. Na und ich will euch aber nicht die Freude verderben. Deshalb, wenn es so schlimm ums Spiel steht, sind wir einfach ruhig. Oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Weil irgendwann, die Uhr tickt für einen Jantik. Die Weltmeisterschaften rücken doch immer näher, muss man sagen. Und die müssen einen Plan haben. Die haben 300 Millionen bei einer neuen Investmentrunde abgesahnt. Firmenbewertung 9 Milliarden. Irgendwo muss das Geld ja hinfließen. Das muss ja irgendwo hinfließen. Die AR-Brille kann ja nicht so viel kosten, oder? Und blamiert sich Jantik dann mit den Weltmeisterschaften? Also so, mit dem aktuellen neuesten Update, welches nochmal alles kaputt gemacht hat, sind keine Weltmeisterschaften möglich. Das wäre eine große Blamage. Okay. Sandama. Das Ding habe ich mir auch überlegt. Aber natürlich nicht Sandama, sondern der kleine Sohn davon. Was mache ich gegen dich? Ich. Okay. Ich glaube, ich bleibe drin. Ich bleibe einfach drin. Denn die Sache ist... Oh, das Team zerlegt mein Trio. Die Sache ist, drüben bin ich schwach gegen Boden. Ah, perfekt. Was ist denn mit euch los? Was war denn da jetzt dein Plan? Damierplex... Okay, ja, okay. Okay, okay, okay. Da... Am Anfang natürlich kämpft man auch gegen Damierplex mal. Das ist definitiv nicht Top-Meta, sondern spicy. Wow, das ist ganz spicy. Seht euch das an, was das... Seht euch das? Genau. Also, das sind die Kämpfe am Anfang. So ist es nun mal. Und das war so ein bisschen, was ich sagen wollte zu Pokémon Go PvP aktuelle Lage. Ich vermisse es selbst. Ich würde gerne... Aber so schlimm war es wirklich noch nie. Also, dieses... Diese Sache da noch obendrauf. Keine Ahnung. Ich muss meine Sets nicht spielen. Ich habe genügend Sternenstaub. Ich kann dir legendär noch raiden. Und so weiter. Also, ja. So wilde Sachen sind passiert. So, Gegner macht zwei Dreier-Moves. Ich mache einen Zweier-Move. Und der Gegner gewinnt irgendwie einen Gleichstand, wo kein Gleichstand ist. Ganz krass. Also, wirklich komplett krasse Sachen. Da weiß man gar nicht, was da so abgeht. Na gut. Aber schöner Fokusstoß hier, um auch auf den Kampf hier kurz einzugehen. Jedoch eine Sache ist mir nicht bewusst. Fehler passieren. Klar, Fehler können wir programmieren. Ist menschlich. Fehler sind menschlich. Also, es programmieren auch nur Menschen. Wenn man dieses Update aufspielt und sieht. Oh, it was this moment that he knew. Dass dieses Update alles kaputt gemacht hat. Wenn ich beim Videoschneiden, bei Photoshop irgendwie. Es gibt STRG Z rückgängig. Einfach die vorherige Version. Und Niantic war echt enttäuscht von der Season 10 Ankündigung. Niantic hat sich nicht zu Wort gemeldet. So, hey, wir wissen, das Spiel ist gerade kaputt. Wir versuchen, das Ganze zu beheben irgendwann. Nö, nichts. Ich meine, dass ich enttäuscht war, dass es noch immer Meisterliga Classic und Meisterliga XL gibt. Und noch immer niemand auf die Idee gekommen ist, die beiden einfach zusammenzuführen. Da steht auf einem anderen Blatt Papier. Und dass der Gegner zum Beispiel ausgeholt hat. Und ein Gleichstand war. Das sind Sachen, die muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Boah, Gräbit, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los? So. Das war leider sehr langsam von mir reagiert. Ich hätte eigentlich sofort... Naja, schade. Sofort hier reingehen können. Aber dann kann ich jetzt vielleicht... Ah, ich kenne die Superliga nicht. Ich kenne die Superliga ehrlich gesagt nicht. Ich schilde einmal und farme runter. Schön. Schön, schön, schön. Also. Nicht runter farmen. Obwohl ich hätte es schaffen können, aber dann wäre es zuvorher noch zur Schlammbombe gekommen. Wäre vielleicht auch in Ordnung gewesen. Aber machen wir das so. Dann. Oh. Pion Draghi. Gegen Echner toll wollte ich sagen. Kann ich auch Samenbomben. Ja, gegen Pion Draghi ist das auch völlig egal. Pion Draghi. Den Kampf werde ich leider verlieren. Das habe ich verbockt. Verbockt. Das habe ich definitiv verbockt. So, willkommen in der Go-Kampf-Liga. Habt ihr meine Videos vermisst? Ich habe sie auch vermisst. Ihr habt mitgezählt, oder? Ihr habt auch ganz bestimmt mitgezählt, wie das hier abläuft, was hier abgeht und so weiter und so fort. So, ist die Wechseluhr um. Das wäre schön. Oh, das ist sogar ganz schön. Das ist sogar richtig schön. Mal schauen, ob du Nassschweif hast. Na, oder die Knirscher-Matschbomben-Variante. Auf jeden Fall musst du 100 Energie haben, gefühlt. So, Verteidigungs-Senkung, selbstverständlich. So, beim Gegner. Ah, okay, er ging raus. Ich meine, es sah schon nicht schlecht für mich aus, aber dass du da direkt rausgehst, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wirklich, also das ist nur die eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum macht man das kaputte Update nicht rückgängig? Warum? Gibt bestimmt einen Grund. Aber warum? Oder warum testet man es nicht vorher so? Weil, wenn das jemand getestet hat und gesagt hat, hey, okay, das funktioniert so, das spielen wir auf, dann ist sowieso schon alles verloren. Oh, genial. Das ist ja mal ein geniales Teil. Das hat, boah, die... Also, ich habe nämlich, ich habe ernsthaft Fragen gelesen. Und ich denke mir so, also, ist die Frage jetzt wirklich ernst so gemeint? Ich wusste zwar nicht, dass ich so lange keine Videos dann machen würde. Wie gesagt, ich hatte zwei Versuche zwischendrin. Aber, ja. Ist die Frage wirklich ernst? Ich meine, ihr seht das Spiel doch selbst. Ist die Frage ernst gemeint? Ich glaube nicht, aber von daher. Ich habe sie dennoch jetzt hoffentlich beantwortet. Und tägliche Videos kommen, sobald das Spiel funktioniert. Ich weiß nicht, wann es ist. Ich spiele viel. Ich fange viel. Das ist mein Spiel, welches ich viel spiele. Denn das Fangen funktioniert. Zum Glück. Und das macht mir Spaß. Ich hoffe, das versauen sie nicht auch irgendwann. Fangen ist genial. Fangen ist cool. Und toll. Und lustig. So, aber das hier ist... Ja. Das hier ist eben. Es ist. Ich glaube, ich lasse mich jetzt nicht runterfarmen. Beziehungsweise vielleicht bin ich auch schon kaputt, weil das Zahnrad... Okay. Oh, Gravit holt einfach die Führung und... So, Legios. Das sieht aus, als wäre das ein Spicy Pokémon. Aber ich habe mir, noch bevor PewDiePolk das online hatte, das Custom Ranking erzeugt. Na und? Oh, ich kenne die Attacken nicht. Ich kenne die Attacken nicht. Ich will schilden. Oh, warum setzt du ein? Warum Kraftkoloss und du setzt ein? Sorry, das war echt doof von mir. So. Aber... Legios ist, glaube ich... Ist das nicht verlinkst? Auf Englisch? Das ist auf Top 13 oder so. Okay. Was heißt das nur für eine Sofortattacke? Das ist doch nicht ein Splitter. Die kamen rein wie Feuer, oder? Ja... Hören wir nach dem Set auf? Nein, ich weiß es nicht. Also, es ist echt schwierig. Es ist echt... Schwierig. Nein, ich... Was ist die andere Sofortattacke? Das ist nicht Eissplitter. Das ist definitiv nicht Eissplitter. Da... Das ist eine andere Sofortattacke. Ich habe keine Ahnung. Ach, drücken wir einfach irgendwas. Wie geht es euch sonst? Alles in Ordnung bei euch. Genau. Yo. Ich muss sagen, jetzt mal... Hier... Natürlich, das sind auch keine Kämpfe mit Metapokémon und so starken Pokémon und so weiter. Oh, bitte fahre mich nicht perfekt runter. Uff. Uff. Ähm... Bitte jetzt keine Sachen machen. Also, aber... Tromborg ist... Kann man nicht anders sagen. Ich meine, das weiß ich auch schon in der... Nicht overtappen. Also, weiß ich auch schon in der Dingenskirchenliga. In der Hyperliga. Tromborg ist ultra stark. Wenn man sich gegen die Schwächen ein bisschen abdeckt. Flugpokémon sind nervig. Genau, das wollte ich vorher noch sagen. Das müssen wir uns ansehen. Das müssen wir uns ansehen. Die verbotenen Pokémon. Ich will darauf eingehen, warum Tromborg so stark ist. Es ist auch in der Superliga stark. Da gibt es ein Top-Team, welches einige auf 3500 Punkten gerade spielen oder gespielt haben. Wo man einfach die Top-3-Pokémon nimmt. Ich glaube... Tromborg, Azumeril, Galaflunschlik. Und das ist einfach direkt ein Team. Pyroleo am Start. Garantierte Belohnung am Anfang hier. So, jedoch hat Tromborg, muss man schon sagen, ordentlich viele Schwächen. Schwächen im Sinne von... Und das gefällt mir eigentlich an Pokémon nicht so gut. Wenn es gegnerische Pokémon gibt, die einen komplett hammerhart auskontern. Wo man nichts dagegen hat. Wo alles nicht so effektiv ist und der Gegner effektiv ist. Das ist so worst case. Nein, der Pokédex-Eintrag. Ich wollte das mit meinem 100%-IV-Bester-Kumpel-Leufeo irgendwann machen. Ich habe das ja gar nicht bedacht. Schade. Was heißt schade? Ich meine, ja, Pokédex-Eintrag. Pyroleo. Gut. Also, Abfahrt. Hier abholen. Nächster Rang. Rang 2. Na, und wir sind mit dabei. 1680. Schon wenig. Aber geht in Ordnung. Nehmen wir. So, beziehungsweise, Moment mal. PvP-Belohnung ansehen. Vampidam. Das gibt es hier. Ja, also, vermutlich müsste ich die App neu starten. Ich will jetzt nicht drauf rumreiten, dass hier noch die alte Liste drin ist. Aber das ist eben PvP. So wichtig ist das für Niantic. Sehen wir uns die Liste der verbogeneten Pokémon an. Also, Alola Vulnona mit Pulverschnee besiegt uns. Nachtara besiegt uns. Panzeron ist auch aber nervig gegen uns. Zubiris, nervig gegen uns. Altaria, nervig gegen uns. Irokex vernichtet uns. Apokalypt geht. Griffelis vernichtet uns komplett. Fiaro vernichtet uns. Das Barricadax vernichtet uns komplett. Da sind so viele Pokémon dabei, wo ich mich freue, dass es die nicht gibt. Also, Tromborg ist, glaube ich, im Remix Cup. Was nervig ist, natürlich Taubos. Noctu. Ist so, was mir einfallen würde. Taubos Noctu ist wirklich ganz schlimm. Ja. Und alle Pokémon, die typen normal irgendwie so. Keine Ahnung. Lapras. Das ist suboptimal. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Nö, das war doch eine andere Sofortattacke. Ja, ich wusste es doch. Sieht man auch anhand der Animation, dass die irgendwie anders ist. Aber die war so seltsam. Die war wirklich wie Feuer oder zack, zack, zack. Aber wie heißt die nochmal? Ich kenne die Attacken, die niemand spielt nicht. So. Okay. Du bleibst hier drin. Das geht mal in Ordnung. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Oh, du schilderst gleich. Drei. Das Problem ist, wenn ich schildere, kannst du runterfahren oder mit einem Wechsel mich snipen. Aber ich schildere dennoch, weil ich so kurz vor der Attacke bin. Na und. Ich gehe auf. Oh, habe ich schlecht getimt. Ich überlebe ja noch einen Eissplitter, aber ist sowieso egal. Ich gehe auf die Matchbombe. Die macht mehr. Aber hat mich. Oh, du schilderst sogar dennoch. Dann hätte ich auf Knirscher gehen müssen. Wegen der Angriffsenkung. Was ist das? Wegen der Verteidigungssenkung. Was ist mit dir los? Dein Ernst? Dein Ernst? Wieso doppelt schilderst du meinen Schleimbeutel? Das kann ich ja mal gar nicht verstehen. Ich will, dass du Energie ausgibst. Wieso gibst du keine Energie aus? Baust du auf Eisstrahl auf? Na oder was soll das? Tust du es? Nein, du baust auf Surfer auf. Und setzt ihn back to back ein. Wunderbärchen. Hier ist er nicht so effektiv, aber schon langsam habe ich keine KP mehr und keine Pokémon mehr. Und du hast noch zwei volle Pokémon. Okay. Gut, Serpi Royal. Interessant. Interessant, interessant. Da verstehe ich schon mal, dass du nicht gewechselt hast, bist gegen meinen Schleimbeutel. Und das war ein Gleichstand. Dann müsste es eigentlich der Grasmixer sein, oder? Dann müsste es der Grasmixer sein. Bitte nicht die Senkung. Okay, sehr schön. War das die richtige Entscheidung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder hätte ich Samenbomben einsetzen sollen? Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Jetzt muss ich aber schnell reagieren. Und zwar war das... Was war das? Okay, das passt. Will ich den Charm rüber transferieren? Ja, machen wir. Ich glaube, Feuer... Schlag hätte nicht gereicht... Hätte nicht gereicht. Das wird noch knapp, aber machbar. Das wird noch knapp, aber machbar. Denn drüben bekomme ich auch noch ein paar Sofortattacken durch. Drei, glaube ich. Drei bekomme ich drüben noch durch. Dann wird es ein Gleichstand maximal. Schlimmsten Fall. Oh ja, perfekt. Perfekt. Also Eis ist durchaus ein Problem, muss man schon sagen. Aber... Uh, du warst sehr schwach hinten drin gegen Gift. So soll es sein. So ist es fein. Serpi Royale hier gesehen. Warum denn nicht? Kann man mal machen. Aber da hatte ich wirklich Glück, muss man sagen auch. Dass die Angriffssenkung nicht reinkam. Naja, Pola Flandernseite. Ich habe ja dann Erdbeben gegen Pixi eingesetzt. Aber dennoch. Boah, Gravit. Gravit holt er stark. Habe ich nicht mal mit Gravit sogar Legende erreicht? Auch im Remix Cup? War das nicht so? Ich mag Gravit einfach. Oh, Noctu. Jetzt wird es mal interessant. Jetzt wird es mal interessant. Jetzt wird es wirklich interessant. Noctu hat nämlich nun Spukball auch dazu bekommen. Und das Ding kann schon, glaube ich, für mich ein Problem werden. Das wird Gruppenarbeit-Style. Wird das jetzt mal auf... Oh, du hast Himmelsfeger. Ich weiß nicht, was man da spielen wird dann. Was die meisten spielen werden. Himmelsfeger-Spukball. Oder Psychokinese-Spukball. Oder Himmelsfeger-Psychokinese. So. Lass uns hier ein bisschen Energie drauf. Und gehen nun hier rüber. Das Ding hält gut was aus. Das muss man schon sagen. Das Moveset. Psychokinese-Spukball. Falls das jemand spielen sollte. Das konntere ich natürlich komplett. Jo. Okay. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Brrr. Was machen wir in meinem Tromborg in diesem Kampf? Nein. Hat nicht Yonkos irgend so ein Team vorgestellt? Taubos noch hinten drin oder so? Noctu. Taubos. Scrabbit irgendwas erinnere ich mich da. Und jetzt kannst du schön runterfarmen. Das war schlau von dir. Gar nicht mal Erdbeben. Klar. Ich hab schon so wenige KP. Wie werde ich denn das Noctu los? Vor allem wenn das Himmelsding ins Kirchen hat. Und Spukball. Ich glaube... Ich werde den Gleichstand verlieren. Obwohl? Ich werde ihn verlieren. Ich hab wirklich top PvP-IV. Ich werde ihn verlieren. Ich drück nicht. Es wäre keiner gewesen. Es wäre keiner gewesen. Bitte Erdbeben. Danke dir. Boah. Aber du hältst zu viel aus. Ich hätte drücken sollen. Ich hätte einfach drücken sollen. Schade. Ich wusste nicht, dass du nicht gleich drücken würdest. Ich dachte, du drückst vielleicht direkt. Na gut. Jetzt haben wir nicht viel erreicht. Jetzt haben wir echt nicht viel erreicht. Das Noctu ist noch immer da. Es hat noch zwei Schilder. Ich hab nur noch einen. Ich hoffe einfach, dass dein drittes Pokémon nicht auch Anti-Thromburg ist. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Und es macht's nicht wirklich besser, dass du ordentlich leckerschmeckere Energie holst und dich nicht so. Na, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, du schildest nicht. Okay. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt auf dein letztes Pokémon. Man, Noctu vorne hat und Grebe. Jetzt sind schon mal zwei schwach gegen Eis. Ich mein, das hab ich auch. Okay. Vorbei. Da kann ich nichts machen. Ich bräuchte circa sieben Schilde, würde ich sagen. Dann könnte das vielleicht noch was werden. Aber ja. Das ist over and out. Pion Draghi dann auch noch. Jo. Da könnten wir im Grunde gleich links oben klicken. Aber ich hab die letzten Tage Kämpfe verloren, die schon zu tausend Prozent Siege waren. Aber der Server sagt einfach, hey, dein Gegner bekommt heute den Sieg. Denn so sind wir. Ladeattacken-Buttons? Fragezeichen? Fragezeichen? Ladeattacken-Buttons? Nö. Die gibt's nicht. Das wurde auch mit dem neuen Update eingeführt. Die sind einfach nicht da. Das ist regelmäßig. Und deshalb, ihr könnt gerne fragen, wieso ich kein PvP gerade spiele. Aber die Antwort sollte euch hoffentlich nicht verwundern, aber die würde euch nur verwundern, wenn ihr selbst nicht Pokémon Go spielt. Dann natürlich. Okay, kann man fragen. Aber andernfalls schwierig, sag ich mal. Sehr schwierig. Aber den Kampf hätte ich sowieso voll anders. Hat nichts damit zu tun. Aber es ist dennoch Glurak. Wieso tust du mir das an? Wieso tust du mir das an? Bitte setz gleich ein. Na komm schon. So. Erdbeben macht auch ein bisschen was, auch wenn es ein Flugprogramm ist, aber immerhin wegen Drache. So. Aber ich bunkere mir die Energie und sehen wir uns das mal an. Genau. Circa vom Mitzählen her ist es vermutlich eine lohe Himmels Drachenspukklaue. Genau. Von der Energie her habt ihr hoffentlich gut mitgezählt, weil man hat ja alles perfekt gesehen. Von der Energie her ist es perfekt gewesen. Na und deshalb schön mitzählen. Ich habe es euch gezeigt, wie man im PiwiPork mitzählen kann. Ihr müsst auch mitzählen, wenn alles unsichtbar ist und das Spiel einfach immer kurz stehen bleibt. Ihr müsst immer mitzählen. Das ist ganz wichtig, nämlich. Das ist essentiell. Und wenn ihr da den Überblick behaltet, ihr müsst üben könnt, indem ihr manchmal einfach 10 Sekunden die Augen schließt. macht die Augen zu, zählt es im Kopf, okay, Zahnrad dreht sich, circa könnte das sowas sein. Aber nur circa. Und dann wisst ihr, ah, okay, so wird man also Legende. Und dann spuckt ihr euch in die Hände. Denn dann seid ihr Legende. Und das ist genial. Und dann seid ihr am Ende. Dann ist die Legende nämlich am Ende. Und so läuft es. Tag ein, Tag aus, im Schneckenhaus. Und tschüssili. Mach's gut, tschüssikowski. Okay. Ich sag mal suboptimal. Ich sag mal auf jeden Fall suboptimal. Und mit suboptimal meine ich ganz fatal. Boah, schade. Der hätte geschmeckt, der Köder. Der hätte echt geschmeckt. Ja. Das habe ich jetzt auch leider verloren. Denn du hast zwei Meteorologen ready. Das besiegt dich nicht. Und ich habe kein... Oh, das macht zu viel. Ja, da hätte ich einfach... Oh, ja. Oh, danke. Danke, 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 danke. Danke. Jetzt ist wieder alles drin. Ne, jetzt ist noch alles drin, aber nicht wirklich viel. Aber ein bisschen ist jetzt noch drin. Ein bisschen was ist jetzt noch drin. Aber nur ein kleines, ganz kleines bisschen. Eine Rexbläser. Ja, Eis vernichtet mich. Eis ist ein bisschen nervig. Feuer vorne, dann Eis auch noch. Ist ungeschmeidig. Also, und jetzt müssen wir einen Clurac mit Lehmschüssen runterfarmen. Bevor es eine Drachenklaue hat. Von der Energie wisst ihr hoffentlich circa, wie viel Clurac hat. Okay, nö, das wird nichts mehr. Oder wird anscheinend doch noch was. Alles klar. So kann man es mal machen. Wieso denn auch nicht? Wieso denn auch nicht? Und der Gegner hätte bestimmt mitzählen können, wenn die Server funktionieren. Aber er dachte einfach, ich glaube, jetzt hat er die Attacke egal, ich setze ein. Und dann hatte ich aber genau und habe den Gleichstand gewonnen. Und so ist es nun mal. So ist es. Es ist ein einfach werfende Münze und spielt dann irgendwie so ist die Kampfliga. Und deshalb habe ich eben ein paar Tage. Und ich glaube, es wird auch so weitergehen. Also, keine Ahnung. Tägliche Videos. Ich hätte echt Bock. Das geht mir komplett ab. Ich vermisse es sehr. Aber so, okay, interessant. Du wolltest perfekt bei Spukball abfangen und weil du weißt, dass alle ködern, dachtest du, du fängst Samenbomben ab. Aber ich bin nicht alle. Ich bin, muss ich dir sagen, nicht alle. Was auf jeden Fall. Aber du bist, du hast zwei Pokémon mit Konter. Also, ist dein drittes Pokémon auch mit Konter? Was schilde ich denn für Attacken? Was schilde ich denn für Attacken? Ich kenne leider nur den Undercharge aus der Hyperliga. Hier weiß ich es nicht ganz. Oh, wow. Okay. Okay. Dann. Dann ist es nun mal so. Dann ist das nun mal so. Wie werde ich das Macho los? Das ist jetzt so ein bisschen die andere Frage. Wie werde ich das Macho los? Keine Ahnung. Du kennst jetzt mein gesamtes Team. Aber ich habe Samenbomben gespeichert. Habe ich sogar den Spukball? Ich habe auf jeden Fall Samenbomben. Wie viel Energie habe ich mir jetzt nicht ganz gemerkt. Ich gehe hier auf den Knirscher. Ich weiß, dass der nicht so effektiv ist. Eine überlebe ich hoffentlich. Ich müsste eingelocht haben. das wirst du noch überleben. Hm. Das wird noch interessant. Oh. Na aber. Uh. Das wäre wichtig und richtig gewesen, dass ich mir das noch aufhebe. Das Macho hat leider kreuzi, Brady. Da ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ah, ich weiß wie. Ich weiß, wie wir es machen. Obwohl. man kann sich nicht Erdbeben plus Feuerschlag. Doch, so machen wir es. So machen wir es. Ja, ja, genau. Ich habe drüben Samenbomben. So machen wir es. Holen wir hier 100 Energie. Erzwinge dich dazu, dass du sofort einsetzen musst. Denn in einer Sofortattacke habe ich den Feuerschlag. und genau so wird das was. So wird ein Schuh draus. Du setzt hier sofort ein. Passt. Und drüben habe ich Samenbombenschild heben wir uns für Trombok auf. Na, sehr fein. Also was wir hier glaube ich bemerken. Aber ich hätte sogar spuckt mal. Ja, ich wusste es doch. Dass der Schleimbeutel ein guter Wechsel ist. Wenn wir uns das die mal überlegen. Was war das zweite Pokémon? Was war das nochmal? War das Trombok? Nein, ich habe gewechselt. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Moment, sorry. Ach, Cavalanzas, genau. Ja, nein, doch. Gegen Cavalanzas wäre das natürlich bitter. Aber Charm ist hier auch vertreten. Also, genau. Charm ist auch vertreten. Du warst augenscheinlich schwach gegen Trombok. Aber ich glaube, da bin ich mir unsicher, ich glaube Felinara ist schon durch Charm eine ordentliche Wucht gegen Trombok. So. Surfer vermutlich. Vor Stromstoß muss ich mich nicht fürchten. Mal schauen, ich lasse dich Energie ausgeben. So. Du gehst eins drüber. Gib mal aus. Oh. Nitroladung. Das finde ich jetzt ungemütlich, dass du dich jetzt so immer stärker machst. Aber ich bleibe hier dennoch drin. Ich bleibe hier drin. Ich würde zwar gerne mit einem anderen Pokémon Druck aufbauen, aber dann muss ich den Stromstoß bei Dingenskirchen fürchten. Und die Nitroladung bei Trombok. Natürlich könntest du mir auch Fokusstoß reindrücken. Gerne. Mach es. Aber ich werde es nicht schilden. Ich habe ein Schild von dir bekommen. Drück mir Fokusstoß. Ich glaube, von Energie her ist das noch kein Fokusstoß. Aber könnte man auch. Muss man vorsichtig sein? Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Okay, jetzt mache ich aber folgendes. Jetzt kann ich nämlich runterfarmen. Das ist fein. Das ist fein. So passt mir das. So. Und was tust du? Okay, Registil. F4 zählen mir ein bisschen mit. So, man muss nicht die Zielschüsse von dem Gegner mitzählen. Man muss nur mitzählen. Ich habe 4 Sofortattacken gemacht. Spricht der Gegner 8 Zielschüsse. Und wenn das Spiel funktioniert, dann funktioniert es. So, ich habe wieder 4 gemacht. 8, das heißt, du hast genau 16. Und wieso ist das wichtig zu wissen? Naja, wie viel kann ich jetzt overfarmen? Okay. Und wir sehen die Aquaknarre bei Lapras. Li-la-Lapras. Kann in manchen Metas auch interessant sein. War im Kanto-Cup mit Aquaknarre. Gar nicht so verkehrt, aber hier bin ich mir unsicher. Ob das hier die richtige Wahl ist, aber vielleicht, wer weiß. Was weiß der nicht schon, aber gibt es hier irgendwas, was schwach gegen Wasser ist, was man so direkt runterfarmen muss oder möchte? Genau, gegen Registril ist Grabit auch top. Also Grabit ist schon eine Augenweide. Grabit ist wirklich eine Augenweide, sofort als das rauskam. Ich habe so hart gesuchtet auch für perfekte PvP-IV und habe das dann direkt von Anfang an gespielt, wo noch niemand gesagt hat, dass das irgendwie gut war. Ich habe das Superliga Graudon schon immer gefeiert. Echt genial. Also ich mag das Ding und hier ist es einfach nur komplett Meta top stark. Wer es hat, definitiv mal versuchen. Ja, in einer Welt ohne diesen ganzen nervigen Griff Eldis und so weiter. Na und so fort. Aber vor Taubos und Noctu muss man sich irgendwie fürchten. Gut, dann würde ich mal sagen, bin ich sehr unzufrieden mit der Serverqualität aktuell. Ja, es ist leider, es ist schade. Ich wünsche mir den Moment zurück von damals, als ich schon gesagt habe, dass es schlecht und schlimm ist. Das wünsche ich mir wieder zurück. Das wäre wirklich genial. Egal, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit eurem heftigen Sternenstauben, die Antikatz tatsächlich. Oh, das war ein Anzeigefehler. Nein, Quatsch, war kein Anzeigefehler. Wie viel Sternenstaub hatte ich? Nö, das war kein Anzeigefehler. Es ist genial. Niantik macht auch mal schöne Bugs oder das ist mit Absicht. Und dann fände ich es auch genial, wenn Niantik wirklich sagt permanent, wir erhöhen das jetzt. Dass wir die Leute dazu motivieren, dass sie eben einen hohen Rang erreichen und dass wir das tanken nicht so sehr belohnend machen im Verhältnis, sondern dass man wirklich auch was bekommt. einmal pro Season fände ich genial. Lasst den Kopf auch nicht hängen, falls ihr den Rang nicht erreicht habt oder bei weitem nicht erreicht habt. Nur wenige haben Legende erreicht. Also natürlich, es sieht so aus, als hätten es ganz viele, weil wenn man im Feed durchscrollt, jeder sagt so, wenn man es erreicht hat, aber niemand sagt, hey, ich habe es nicht erreicht. Deshalb sieht man diese Posts nicht. Genauso gefühlt hat jeder jedes Shiny bekommen, aber man sieht einfach nur die Shinies und man sieht nicht, wenn jemand schreibt, oh, ich habe kein Shiny bekommen. Hier, seht es euch an und das hat dann 100 Likes, so ist es immer, von daher, lasst euch nicht runterkriegen, vielleicht wird es ja in dieser Season was. Für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Boop, boop.